Ich kann es nur sehen, was da drin passiert. Das ist das Landesville-Studio mit Sina Peschke, die gerade das exklusive Interview mit Alphaville aufzeichnet. Die haben gerade einen Soundcheck gemacht. Na, gehen wir mal mal hin. Aus dem Landesville-Funkhaus ist nämlich über Nacht die Alphavilla geworden. Und in dieser Alphavilla findet gleich ein Konzert statt. Die ersten Alphaville-Fans stehen eine knappe Stunde bevor das Konzertbeginn schon draußen und kommen gleich rein. Gucken wir mal, da haben wir was drinnen passiert. Wir haben hier zum Beispiel die Getränke, die gerade aufgebaut werden. Der Forst schmeckt, ist schön kühl. Das Mischbruch steht da, ist aufgebaut worden. Und wir gehen jetzt rüber zur Bühne. Das ist der Platz. Hier haben Alphaville gerade den Soundcheck gemacht, da hat Marion Gold gerade gesessen und hat gesungen. Ich finde, es hat sich sehr gut angehört, wie es vor dem ganzen Punkhaus von der Fans sich anhört. Das wissen wir erst gleich. Also bitte uns abends vorbei, www.landeswelle.de. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.